So, jetzt wirklich in dem letzten Video für diese Vorlesung. Ich weiß, das hatte ich im letzten Video schon gesagt, aber diesmal ist es wirklich das Allerletzte. Das letzte Thema in unserer Vorlesung wird sein JavaFX. Und JavaFX ist ähnlich wie Swing. Also wenn wir uns gleich etwas detaillierter mit JavaFX beschäftigen, dann werden wir sehr viele Parallelen zu dem sehen, was wir gerade besprochen haben. Es ist aber wesentlich komfortabler. So, wir haben jetzt nicht J-Component, sondern die Oberklasse heißt Node bzw. Controller. Das Unterschiede, das gucken wir uns gleich ein bisschen an. Und in JavaFX gibt es das Model-View-Controller-Muster oder MVC-Pattern. Und was das besagt ist, dass unsere Oberflächen auf einmal ein Modell haben. Da sind Variablen drin und in dem Modell wird der Zustand der Oberfläche definiert. Hier zum Beispiel der Zustand einer Formularübermittlung. Und immer dann, wenn in diesem Zustand sich was verändert, wie sich das verändert, gucken wir uns gleich an. Aber immer wenn an dem Zustand etwas manipuliert wird, dann passt sich die Oberfläche, die View, automatisch an. Das heißt, es gibt eine bidirektionale Verbindung zwischen Oberfläche und Modell. Und wir, wir Benutzer, wir sehen natürlich die Oberfläche. Aber wir als Benutzer, wir klicken auch in der Oberfläche rum. Wir klicken irgendwie rein und verändern was und so. Das heißt, wir als User benutzen auch wieder diese Oberfläche. Und diese Oberfläche, die macht die Manipulation jetzt nicht selber, sondern diese Manipulation wird von sogenannten Controllern gemacht. Was ein Controller ist, gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber im Endeffekt, da drin wird die fachliche Logik eurer Anwendung gekapselt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen der Repräsentationsschicht, der View, der Oberfläche, und der fachlichen Schicht des Controllers. Aber beide unten drunter verwenden das Modell. Der Controller manipuliert das Modell und der View würde das Modell anzeigen. Und das ist so eine bidirektionale Bindung, dass immer, wenn in dem einen Bereich was passiert, das automatisch in dem anderen Bereich auch aktualisiert wird. Und auch wie das funktioniert, auch das gucken wir uns gleich an, wie das am Beispiel von JavaFX gelöst ist. Aber schauen wir uns mal, bevor wir da reinsteigen, so ein paar UI-Elemente an, die wir bei JavaFX dabei haben. Wir haben die üblichen Verdichtigen. Wir haben auch hier Checkboxen und Buttons und so Choice-Boxen und Toggles und Radio-Buttons und Textfelder und Toolbars und alles das, was wir in Zwingen auch haben. Darüber hinaus haben wir jetzt noch ein paar Sachen mehr. Wir haben jetzt so Dinge wie Progress-Bar, wir haben Hyperlinks gut, das gab es vorher auch schon, wir haben Graphic-Bartons gut, das gab es vorher auch schon. Aber die größte Neuerung, die wir eigentlich haben, das zeige ich euch am Beispiel von dem Scene-Mail da gleich, wir haben Charts. Also wir haben die Möglichkeit, Diagramme zu erstellen. Und wichtig bei all diesen Komponenten, die wir hier sehen, die sind immer an so ein drunterliegendes Modell gebunden. Das heißt, wenn wir uns das gleich anschauen, wenn wir so eine Checkbox sehen, dann wird diese Checkbox und die Information, ist das jetzt gecheckt oder nicht, das ist höchstwahrscheinlich unten drunter in dem Datenmodell an ein Boolean gebunden. Weil ein Boolean hat auch zwei Werte, genau wie die Checkbox. Das ist auch so eine Bullshit-Repräsentation. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Aber zuerst das Scene-Bilder. Das Scene-Bilder ist der heiß ersehnte grafische Editor. So. Und den zeige ich euch am besten, wenn wir unser Projekt machen. So, wir machen das einmal zusammen. Wir nehmen IntelliJ. Wir sagen, wir möchten gerne ein neues Projekt haben. Und dann nehmen wir Java 8. Das ist relativ alt auf dem Computer hier. Aber was soll's. Wir gehen in JavaFX-Section. Ne, warte. Hier gibt es auch noch, gibt es hier noch, auch noch ein neueres. Wir wollen Java 14 hier benutzen. Java 12. Java 12 ist neu genug. JavaFX. Alles klar. Ach, genau. Hier. Wir wollen hier eine JavaFX-Anwendung und dann hier JavaFX-Application drücken. Und werden wir ein neues Projekt annehmen. Neues Projekt. JavaFX-Test 2020. Machen wir uns ein neues Projekt. Wir werden jetzt generiert bekommen, schon einen Controller. Der kann noch nichts, also der kann gar nichts. Aber die Klasse ist schon mal da. Wir haben eine Main-Class und eine FXML-Datei. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich im Detail. Was aber schon bei IntelliJ vorkonfiguriert ist, ist hier oben so ein Starter. Das heißt, wir können hier einfach auf Run drücken und wir werden schon was sehen. Gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir einfach so in dem neuen Projekt auf Start drücken. Da hatten wir wohl meine Java12-Auswahl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nehmen wir mal das gute alte Java8. Es sollte auch mit Java12 und Java14 gehen. Warum das jetzt genau nicht geht, keine Ahnung. Schauen wir uns vielleicht später nochmal an. Also, dann sehen wir hier unser Fenster. Okay. Aus irgendwelchen Gründen wird mein Monitor ein bisschen dunkler, wenn ich das Programm starte. Es soll uns jetzt nicht weiter stören. Lasst uns einfach weitermachen. Wir haben ein leeres Bild gesehen und das leere Bild kommt daher, dass wir hier in unserer FXML-Datei noch nichts drin haben. FXML ist im Endeffekt eine XML-Repräsentation, eine Oberfläche für JavaFX und diese Datei können wir jetzt in dem Scene-Bilder öffnen. Den Scene-Bilder kennt ihr hier anscheinend noch nicht. Ah doch, kennt ihr. Den Scene-Bilder könnt ihr euch runterladen. Den Link habe ich in die Beschreibung reingemacht. Müsst ihr installieren und was ihr dann seht, ist das hier. Ihr seht eine wunderschöne JavaFX-Anwendung und in dieser JavaFX-Anwendung können wir jetzt unsere Anwendung drin gestalten. Und diese Anwendung hat im Endeffekt vier wichtige Bereiche. Der erste Bereich ist hier oben, das ist unsere Library. Da sind alle unsere Elemente drin. Dann haben wir hier unten unser Dokument-Baum, also so wie unser Dokument, unsere Oberfläche gerade aussieht. Hier ist der Preview-Bereich und hier drüben sind Properties. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also wir haben hier unterschiedlichste Elemente hier oben drin. Wir haben ein Akkordeon drin, wir haben ein Border-Panel drin. Also ein Akkordeon. Das ist so ein eher neuartiges UI-Element. Da hat man immer ein offenes Element und dann drücken wir auf eine andere Übersicht und dann geht die quasi auf und die andere geht dann zu. Wir haben ein Anchor-Panel. Anchor-Panel benutzen wir immer dann, wenn wir uns fest ankern wollen, sodass wir halt in dem Resizing mit beachtet werden. Wir haben Border-Panel, wir haben das Grid-Panel, von dem wir schon gesprochen haben. Dann haben wir das Scroll-Panel, das Split-Panel, so links-rechts-Splits quasi, Tab-Panel, Title-Panel und so weiter und so fort. Das ist alles oben in diesem Container-Bereich drin. Also Dinge, wo ich andere Dinge reinschicken kann. In dem Control-Bereich, ah, das hier ist übrigens ein Akkordeon. Das ist ein Akkordeon-Element hier. In dem Control-Bereich habe ich Button, Combo-Boxen, Date-Picker, HTML-Editoren, List-Views, Media-Views, Passwort-Felder, Progress-Indicator, Radio-Buttons, also alles das, um eine sinnvolle Formularverarbeitung zu machen, ist da mit da drin. Ich habe eine ganze Menü-Section, also Kontext-Menüs, also Menüs oben für meine Anwendung, also sowas hier, kann ich damit machen. Das wäre alles in dem, in dem Bereich. Dann habe ich Miscellaneous, da sind so Dinge drin, wie Tooltips, Canvas, also ihr könnt über, über Vektor-Grafiken könnt ihr drin malen. Und so weiter und so fort. Wir können Schatten drin definieren, Shapes definieren, Schatten kommen später. Shapes können wir auch Formen drin definieren, die dann halt auch gerendert werden und groß und klein skaliert werden können. Das wäre alles hier drin. Auch über SVG kann man auch arbeiten. Charts. Wir haben eine große Chart-Bibliothek, um Bar-Charts zu machen, um so Line-Charts, um Kuchendiagramme zu machen, um solche geschichteten Diagramme zu machen. Das ist auch alles vorhanden. Und dann zu guter Letzt haben wir noch 3D. Wir haben noch so Ambient Lights und also Schnickschnack habe ich persönlich noch nie benutzt. Wenn ihr damit rumspielen wollt, wünsche ich euch viel, viel Spaß damit. Okay, aber fangen wir an. Das Programm funktioniert so, wir haben hier unten unser Dokumentbaum, da ist ein Grid mit drin. Das würde ich an der allerersten Stelle erstmal wegmachen. Was ich für sinnvoller halte, ist ein Anchor-Pane dahin zu machen, an die allererste Stelle. So, dann sehen wir auch ein bisschen was. Bei dem Anchor-Pane ist immer wichtig, bei Layout zu sagen, dass das 0 Padding hat. Padding besagt, wie viel Abstand es zu den Außenseiten hat. Und wenn es immer 0 ist, dann wächst es immer automatisch mit der Außengrenze. Wenn ich mein Fenster resize, lass das mal machen. Ich habe das jetzt gespeichert. Machen wir das mal klein. Starten unser Programm mal wieder. Das hat sich jetzt hier automatisch aktualisiert. Und wenn ich das jetzt hier resize, dann würde das im Endeffekt mein Anchor-Panel mit groß und klein machen, weil es sich ja dran geankert hat. Okay. So, und wir haben jetzt gesehen, dass sich das hier automatisch mit aktualisiert hat. Das heißt, irgendwas, was ich jetzt in meinem Editor mache, landet wohl auch automatisch wieder in meinem Projekt mit dran. Okay. Gucken wir uns mal weiter an, was wir noch so machen können. Wir könnten zum Beispiel ein Tab-Panel hier reinmachen. Wir wollen hier Tabs mit reinmachen und dann sagen wir jetzt hier an unserem Anchor 0, 0, 0 und 0. Jetzt hat sich das auch hier innen drin richtig dran geankert. Und das Coole ist, hier können wir jetzt unsere Oberfläche gestalten und jetzt hier unterschiedliche Sachen reinmachen. Lass uns mal hier auf die eine Seite, lass uns mal hier, so, da drin wollen wir natürlich ein Border-Panel reintun. Hier, zack, machen wir das mal rein. Dann ankern wir das mal groß. So. Und unser Border-Panel, da hatten wir ja gesagt, da kommt in die Mitte immer unser Hauptteil rein. Machen wir da mal ein Label. Ich kann hier oben auch drin noch suchen. In die Mitte kommt unser Label rein. Ups. Zack, das kommt in die Mitte, kommt das Label rein. Und dann kommt mal noch ein Button mit dabei. Und der Button kommt, weiß ich nicht, unten rein. So. Cool. Und auf die andere Seite machen wir eine List-View drauf. Und in die andere Seite kommt hier einfach nur eine List-View rein. Oh, nach die ankommen wir wieder fest, dass die schön groß wird. Ach, nein. Machen wir keine List-View? Ha. Uh. Machen wir keine List-View rein. Machen wir erst einen Border. Border-Panel rein. Heißt hier ein Border-Panel rein. Und dann machen wir das Border-Panel. Das machen wir auch wieder groß geankert. Groß geankert. So. Und da machen wir unsere List-View rein. Eine List-View ist einfach eine Listendarstellung von gleichartigen Elementen, von Strings in unserem Fall. In die Mitte kommt List-View, ist jetzt noch nichts drin, aber unten kommt ein Button wieder drauf. Und dann sehen wir den hier. Ich kann hier auch schon mal so Probe klicken, aber ich kann auch wieder speichern. So, ich habe das jetzt gespeichert. Gehe dann hier einmal rüber. Habt ihr jetzt hier einen schönen großen Baum schon. Und wenn ich das jetzt starten lasse, dann kann ich hier hin und her drücken und ich sehe hier auch schon, dass da irgendwas passiert. Das ist nur der View-Teil von dem Model-View-Controller. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen gerne Code dahinter liegen. Wir wollen gerne unseren Controller dahinter liegen. Und damit das funktioniert, muss unser Controller ein Interface implementieren und das Interface heißt Initializable. Java.fxml.initializable. So, und jetzt sagt er uns, wir müssen was implementieren, nämlich die Methode Initialize. Okay, alles klar, machen wir. Jetzt gehen wir in den fxml zurück. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Knöpfe aus unserer UI wollen wir gerne dynamisieren. Fangen wir mal mit dem einfachen Beispiel an, nämlich wir wollen diesen Button binden, dass der irgendwas mit diesem Label macht. Okay. Das allererste, was wir tun müssen, bevor wir überhaupt anfangen, wir gehen hier unten in unser Dokument-Ding rein und da unten drunter gibt es eine, ein Feld, das heißt Controller. Und hier müssen wir jetzt unseren Controller auswählen. Unsere heißt Sample, das Package heißt Sample und unsere Klasse heißt Sample vom Controller. So, das müssen wir da unten reinschreiben, damit jetzt unsere Anwendung weiß, unsere Java-Fixman-Anwendung weiß, welche Java-Klasse denn der Controller für diese View ist, für diese fxml-Datei. Weil in so einem großen Projekt könnten noch mehrere fxml-Dateien drin sein. Gut, Punkt 1, Controller konfigurieren. Punkt 2, wir müssen jetzt unserem Button hier unten eine fx-ID geben. So, wir nennen den jetzt mal Button 1. Wir müssen uns merken, Button 1. Das ist die fx-ID. Und dann müssen wir dem Label auch eine ID geben. Nennen wir das mal Label 1. Sehr kreativ. So, haben wir gespeichert. Jetzt gehen wir in unser Code zurück. Jetzt haben wir ein Button 1 und ein Label 1. So, und jetzt brauchen wir einen Button, nämlich den nicht verwechseln mit Java-AVT. Wir wollen den Java-Fx-Scene-Controller-Button. Und den Button, den müssen wir jetzt so nennen, wie die ID eben, also Button 1. Und diesen Button müssten wir jetzt annotieren mit der Annotation fxml. Und jetzt haben wir hier schon gesehen, jetzt ist hier so eine Verknüpfung. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, würde ich in das xml reinspringen, in meine fxml-Datei. Und das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Label. Label, Label 1. Und jetzt weiß Java-Fx, wenn ich da starte, weiß, wenn ich in dieser, hier in meiner Oberfläche einen Knopf habe, der die ID heißt Button 1. Und in meinem Controller gibt es eine Variable, die heißt Button 1. Der macht das über Reflection. Und das Ding hat zufälligerweise auch noch die Annotation fxml. Dann weiß der, der muss die zusammenknoten. Und das gleiche gilt für Label 1. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Initialize-Methode bin, dann kann ich auf die Elemente aus meiner Oberfläche zugreifen. Und dann kann ich sagen, Button 1, Set on Action. Also wenn was passiert, so wie bei die Action-Listener bei Swin, Set on Action. Und jetzt könnten wir eine Lambda-Expression schreiben, wenn wir wollten. Machen wir aber nicht. Machen wir gleich erst. Wir machen jetzt einen New Event-Händler. Wir implementieren das Interface händisch. Und hier in diesem Event-Händler, in dieser anonymen Überschreibung von diesem Interface, sagen wir jetzt Label 1, Set Text, System Content News. Also die aktuellen Millisekunden. So. Dann starten wir erst mal. Wups. Und jetzt sehen wir, hier drüben, wenn wir auf diesen Bereich gehen, den wir gerade implementiert haben, wenn ich jetzt drauf drücke, dann sehe ich die Millisekunden seit dem 01.01.1970. So. Sehr gut. Das heißt, das hat schon mal gepasst. Das heißt, wir haben jetzt unseren Button dynamisiert. Und das Coole an JavaFX ist, ich habe jetzt in meinem Java-Code keine Informationen über das UI. Das ist komplett abseits davon. Das ist komplett in dieser FX-Datei und nicht in Java-Code enthalten. Kommen wir zum zweiten Beispiel, der Model-View-Controller-Aspekt. Wir wollen jetzt noch ein Button 2 dazu machen. Das sollte ja von der anderen Seite sein. Button 2. Und dann brauchen wir noch eine ListView. ListView von String. Die nennen wir einfach Lister. So. Okay. Das heißt, die binden wir jetzt auch noch dran. Das sind die hier drüben. Hier sagen wir jetzt Button 2. Aber wenn ich das hier ausführe, hat das sogar schon vor ausgewählt. Und da könnte ich jetzt Liste auswählen. Okay. Cool. Das heißt, die habe ich jetzt auch zugewiesen. Liste und Button 2. Und was wir jetzt machen, ist hier. Wir sagen jetzt, auf unserer Liste, oder anders, wir bauen uns ein Datenmodell. Unser Datenmodell ist jetzt ein Observable, eine Observable List. Und Observable heißt jetzt, es ist eine normale Liste gerappt in dieses Java für X-Feld. Das heißt Observable, damit es in das ModelViewController-Konzept reinpasst. Datenmodell. So. Und da sollen, wollen wir jetzt, ähm, FXCollections heißt die Klasse. Und da wollen wir jetzt eine Observable Array List uns initialisieren. Ne? Also das Schlüsselwort ist hier FXCollections. Und da können wir uns jetzt so eine neue Liste mitmachen. Und was das richtig Coole jetzt ist, jetzt können wir hier sagen, äh, Liste, Set Items, also setz das Datenmodell auf unser Datenmodell, ne? Also Set Items, bitte Liste nimm als Datengrundlage für deine Ansicht, bitte das, was in unserem Datenmodell drin steht. Und jetzt können wir sagen, Button 2, Set On Action, ähm, jetzt schreibe ich mal ein Landeausdruck, Datenmodell, Add, ne? Unserem Datenmodell füge ich jetzt irgendwas hinzu, ne? Wieder die System, Current Time Melee's, ne? Und hier, uh, jetzt kriegen wir, ne? Ach, jetzt sagt er mir, ich hätte hier mein Language Setting seit Java 8 nicht erreicht, ich hätte Java 6 konfiguriert. Okay, ähm, wir schreiben jetzt hier von Button 2, und der würde jetzt nur die Liste, die würde nur unser Datenmodell manipulieren, ne? Also genau das, was wir hier gesehen haben. Ja, wo ist die Slide hier, ne? Unser Controller manipuliert das Datenmodell, und das Datenmodell aktualisiert automatisch die UI. Ne? Unser Controller, der hier, der Button, der hat gar nichts mit der UI zu schaffen. Der sagt nicht Set Text, und er sagt auf der Liste, sagt er nicht Set Items. Dem Button ist die Liste total egal, der Button arbeitet nur mit dem Datenmodell. Und das Datenmodell haben wir hier zufälligerweise, ach, ich will keine Lambda, gut, äh, das Datenmodell haben wir halt schon mit der Liste verknüpft. Deswegen funktioniert das jetzt an der Stelle. Okay. Ähm, das neue Projekt, was ich installiert habe, äh, gemacht habe, das mag irgendwie keine Lambdas, was auch immer. Benutzen wir halt keine Lambdas, starten wir es halt normal. Ähm, so. Wenn wir jetzt jetzt starten. So, ne? Dann können wir hier das, ne? Das funktioniert noch alles super. Was wir jetzt hier machen, hier können wir jetzt sagen, bumm, von Button 2, und, ja, da habe ich jetzt keine Dings gemacht, ne? Was wir jetzt aber auch machen könnten, unser Button 1, der ist ja wo ganz anders in der Anwendung, ne? Aber auch hier in unserem Button, ähm, Button 1, könnten wir jetzt auch sagen, jo, der aktualisiert erst da oben das, und dann soll der aber bitte danach auch noch in diesem Datenmodell was dazu machen, ne? Mal gucken, gucken wir mal, wie das funktioniert. Ähm, ne? Also ich mache jetzt hier von Button 2, und dann könnte ich jetzt hier drüben, ne? Habe ich ein paar Mal gedrückt, dann hat er aber auch mit dem gleichen Datenmodell gesprochen, und das hat er jetzt alles in dieses List View mit reingemacht. Und das ist ziemlich cool, ähm, dass ich jetzt auf einmal mit Datenmodellen und nicht mit, ähm, direkt mit den Oberflächenelementen spreche. Und das ist schon, äh, ziemlich cool an der Stelle, dass ich einfach mit dem Datenmodell rede, und hinten dran halt meine Oberfläche aktualisiert wird. Okay. Also nochmal das Wichtigste von JavaFX, ähm, in der Kürze. Ähm, wir haben die fxml-Datei, das ist eine XML-Repräsentation unserer, ähm, Oberfläche. Das schreiben wir aber nicht selber, dieses Programm, äh, diese XML-Datei, sondern das lassen wir den Scene-Bilder von uns generieren. Wichtig ist hier, dass ich im Scene-Bilder auf meinen Oberflächen konfiguriere, ich habe eine fx-ID, und dann kann ich in meinem Code, in meinem Controller, ähm, eine, ein Objekt, eine, eine Variable annotieren, mit fxml, und dann wird das zusammen gebunden an der Stelle. Damit das Ganze funktioniert, muss der Controller das Interface, äh, äh, initializable implementieren, und unser Datenmodell ist vom Typ nicht mehr normal, Java-Utilist, sondern wäre jetzt in dem Beispiel, ähm, von Observable-List. Und damit das Ganze funktioniert, muss ich die fx-Collections benutzen. Ähm, was an der Stelle, was ich euch, äh, sagen würde, oder was ich euch empfehlen würde, ist die Dokumentation und die Beispiele von, ähm, von java-fx. Wenn ihr den Links folgt, hier unten, kommt ihr zu, ähm, kommt ihr zu, ähm, Dokumentation und Anleitung, wie das genau funktioniert, und da könntet ihr dann an der Stelle auch einfach den Anleitungen folgen und, ähm, noch weiteren Anleitungen, äh, weitere Beispiele machen, wenn ihr das möchtet. So. Äh, hier gibt es auch noch weitere für das UI, und, ähm, da könntet ihr, wenn ihr wolltet, könntet ihr noch weitere Beispiele machen. Gut. Das heißt, das ist unsere allerletzte Übungsaufgabe, wie gesagt, ihr braucht java-fx nicht für das Projekt, aber ich würde euch, äh, einmal bitten, spielt ein bisschen mit java-fx rum, probiert ein paar Sachen aus, probiert das Datenmodell aus, und dann sehe ich euch in der Vorlesung. Bis dann. Und dann. Und dann. Und dann.